So, hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde, der schmetterligen Flughaftigkeit. Wir waren stehen geblieben im Keller eigentlich, nur ich habe es zwischen nicht ausgemacht, deswegen sind wir jetzt wieder draußen. Also wieder raus in den Keller, genau, rein in den Keller. Da, wo es schon feucht und moderig ist. Okay, jetzt gerade im Sommer ist es natürlich recht angenehm, sogar sehr angenehm. Da will ich jetzt am liebsten hin, weg vom Dach und rein in den Keller. Aber egal. Jo, kicken wir uns mal einfach die ganze Schicht hier an. Hatte ich das nicht noch, hatte ich das schon aufgemacht? Naja, hat er wahrscheinlich nicht gespeichert, ist auch Wurst. Ja, welche Wurst wohl? Die Conchita-Wurst. Ähm, die Gute. Der, gut, die, das, dem, alles zusammen Gute. Wie dem auch sei, äh, bam, Titel schon gefunden. Wir wollten uns im Keller mal ein bisschen umsehen und zwar finden wir als allererstes einen unsichtbaren Toad. Und, und, ein Hoppelhäschen wollte ich eigentlich sagen, aber das Hoppelhäschen finden wir gerade irgendwie nicht. Da ist das Hoppelhäschen. Ich habe nur keine Ahnung, wie man es kriegen soll. Äh, habe ich bis jetzt auf jeden Fall noch nicht geschafft, sagen wir es mal einfach so. Ähm, hier gibt es ein Level, das machen wir mal als erstes, glaube ich, oder? Ach, nee, komm, weil hier drüben gab es doch, glaube ich, ein Schalterpalast, wenn ich mich nicht nähre. Genau hier drin. Gehen wir doch mal rein. Sieht ein bisschen merkwürdig hier aus. Man hat viele Rohre an der Wand oder was das darstellen soll. Man kann das nicht ganz genau erkennen, aber kann auch einfach blau-weiße Tapete sein. Schalk, finde ich schön. Die grüne Giftkotte, klettere auf Nessies Rücken. Ja, da ist eine Herausforderung, den krieg ich gerade eben noch mal hin. Bam, voll auf die Nut. Äh, da weiß ich auf jeden Fall, wo ich hin muss. Nämlich da hin und gut, dass ich immer an den Weitsprung denke. Und zwar hat mich jetzt hier schiefgegangen. Das wäre natürlich jetzt nicht Sinn und Zweck der gesamten Übung gewesen. Ignorieren wir das jetzt einfach mal, genauso wie diese Fledermäuse da. Und machen wir jetzt erst Nessie oder holen wir den versteckten Stern? Nein, ich glaube wir machen erst mal. Alles kalt, ey. Ohne einmal getroffen zu werden, habe ich auch noch nicht geschafft. Jut, gehen wir jetzt erstmal hier rein. Äh, mit dem Auf zu runter müssten wir eigentlich zu Nessie kommen, wenn ich mich täusche. Das ist richtig. Okay, warte auch noch ein bisschen hoch. Ach ja, hier sind wir richtig, genau. Nessies kleines Planschpecken. So, Onkel Nessie, dann guck mal her. Wo bist denn du? Wahrscheinlich wieder am anderen Ende der Grotte. Wie könnte es auch anders sein? Muss wohl, weil ich sehe es nicht. Ach, da kommt sie angetuckert. Na, guck mal her, du. Nessie legt ein Ei. Komm, wir machen mal Kopf runter her. So, ist brav. Schön auf den Schädel stellen. Und das können wir das Vieh nämlich steuern, je nachdem, wo wir hingucken. Schwimmt's nämlich dahin, wo wir hinwollen. So. Damit haben wir den ersten Stern hier schon gefunden in der grünen Giftkotte. Oh. War ja einfacher als ihr Ding, ne? Ja, Mütze abkratzen, Mütze auf, speichern weiter, ducken, springen. Und weiter geht's. Weil wir wollen ja noch ein bisschen was schaffen. Wir haben ja nicht viel Zeit, sondern nur noch 11 Minuten und 14 Sekunden. Finde die 8 roten Münzen. Jetzt schon. Na gut, gehen wir jetzt mal den anderen Weg lang. Ich glaube, da waren die auch irgendwo. Die ignorieren wir einfach mal, weil da kommen tausende von nach. Da wir das ja nicht wollen. Boom. Springen wir erst mal schön vor die Tür. So, da sind wir auch schon genau richtig. So, wir müssen mit diesen Dingern fahren. Und uns voll erst mal auf den Poppe setzen. Wie sich das so gehört, ne? Im guten alten Frankreich. So, die sind alle in dem Bereich versteckt. Und das habe ich nämlich auch noch gemacht gehabt. Das war so das Letzte, was ich noch komplett durchgespielt hatte. Und dann hört es sich eigentlich auch schon auf. Auch jetzt diese blöde Plattform hier schon wieder. Oh, die kann ich ja ab. Dann kannst du mich ja jagen. Dann kannst du mich ja damit. Oh, die Steuerung ist zum Glück gar nicht Banana oder so. So, wieder da hin. Und ja, schön, dass wir dagegen fahren. Genau. Oh, zurück. Fahr den zurück, sagt der Mann. Spinazio. So, das hat schon mal ganz gut geklappt. Hätte ich nicht gedacht, dass das so einfach geht. Mann, dort sind wir gut. Wir sind so gut. Also ich vor allen Dingen. So, wir müssen jetzt hin. Äh, irgendwo da oben. Achso, dann, ja, okay, ich weiß wohin. So, wir müssen zurückfahren. Schwupp, da lang. Ein bisschen noch hier. Ein bisschen da da. Wir müssen nämlich jetzt so der Stange da rüber. Dann müssen wir an der Stange hoch. Und dann müssen wir auf dieses... Da, auf dieses Punktpunkt-Ding da. Dieses, äh... Grautierte, schachbrettete, äh... Fliegeplattform-Gemöbel, was an den Kugeln lang fliegt. Jetzt müssen wir erstmal einmal volle Motte gegen die Wand. Und dann da hin weiter. Gerade eben, ja, haben wir nochmal Schwein gehabt hier. So, ab nach oben. Ab nach oben. Hap, ab, 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 ab. Ab, 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 ab. Ja, nicht runterfallen, Mario. Musst du denn aufpassen, wohin springen, ha, Junkerman? So, oft geht die lustige Reise. Ähm, lass mich raten. Ich muss die Blöcke kaputt schlagen. Wahrscheinlich. Was sagt denn die Conchita Wurst dazu eigentlich? Nix sagt die dazu. Na gut. Hat wahrscheinlich nichts mehr zu sagen. Ist ja eh schon wieder auf der Bildfläche verschwunden. Kaum hat sie sich den... 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 Grom Priora Vision da rein gepfiffen. Also als äh... Gewinner... ...Rinn... Gewinner... ...was auch immer. Ich hab keine Ahnung wie ich das bezeichnen soll. Nenn mich Banause oder einfältig. Oder beides. Nichts ist falsch. Aber auch nichts ist richtig. Sooo... Da müssen wir jetzt glaube ich nur noch zwei Stück sammeln. Oder? Waren das noch zwei? Das waren sieben... ...und das waren acht. Okay Sternchen ist unten. Dann äh... springen wir einfach mal runter. Sooo... Da haben wir ja schon den zweiten Stern in dem Level. Das geht ja... heute geht das ja... also wie äh... am Schnürchen auch, ne? Da haben wir schon zwei Sternchen in diese Folge geholt. Das ist wunderbar. Vielleicht noch einen dritten. Schauen wir mal was als nächstes kommt. Bestleistung. Ja, ist ein Wunder, ne? Wenn man das erste mal in dem Level drin ist, dann wäre das wohl eine Bestleistung werden. Aber 40 wäre für heute schon ganz schick eigentlich. Muss natürlich nicht. Lauf auf dem Grund des Sees. Hm... Computer sagt leider nein. Weil wir haben die Schuhe noch nicht. Und äh... Die brauchen wir. Aber wir können uns mal kurz den versteckten Stern da oben holen. Da weiß ich ja wo der ist. Da brauchen wir erstmal nix für. Und da müssen wir jetzt mal langsam den Schalterpalast machen. Sonst wird das hier nix. Mit den nächsten Sachen, die wir so alle brauchen. Dann können wir nämlich auch mal das eine Ding da abschließen. Und das andere Ding da abschließen. Und... Und so halt, ne? Oh, mein Magenknot. Ich hab ein bisschen Hunger. Ich soll gleich mal was essen. Ich glaube, dann wird das die letzte Aufnahme für heute. So, da müssen wir nämlich jetzt hier mal hin. Dann müssen wir hier einen doppelten... Wandsprung machen. Genau so sieht er nämlich aus. Und da haben wir den Stern schon. Haha. Hätte ich nicht gewusst, dass der hier ist, hätte ich jetzt Ewigkeiten gebraucht, um ihn zu finden. Aber ich wusste ja, dass der da ist. Deswegen ging das jetzt relativ schnell. So, dritter Stern diese Folge. Ah, geht ja noch ein vierter. Wäre das Highlight Score? Ich weiß es gerade gar nicht. Haut's mal rein, wenn du es noch wißt. Ich hab's schon wieder total vercheckt und möchte nicht alles durchgucken. So, also rein in die gute Stube. Und guck mal, was als nächstes da ist. Oh, warte mal, ich weiß es. Lauf auf dem Grund des Sees. Gut, ähm, ich glaub da müssen wir erst mal durch das Labyrinth durch. Und dafür brauchen wir nämlich auch schon wieder diese Maske eigentlich. Verflucht, wo war denn die? Oder musste man da irgendwo anders für hin? Oh, das war knapp. Da musste man, warte mal, da musste man im Keller irgendwas machen. Ich bin da falsch, glaub ich. Oder? Ich glaub, ich bin falsch. Ich geh mal kurz wo, ich geh mal kurz woanders hin. Hier, mach mal ganz kurz eben hier den Kurs verlassen. Ich glaub, wir müssen noch irgendwas in der Hauptwelt machen dafür, oder? Warte mal. Da. Also erstmal im Keller. So. Dann gehen wir mal hier lang. Und gehen wir mal die erste rechts nach Möglichkeit. Genau, wo kommen wir denn hier hin? Aha. Genau, hier müssen wir nämlich hin für den Palast. Wahrscheinlich der blaue, weil es hat was mit Wasser zu tun. Wäre ja jetzt eigentlich relativ naheliegend auch, ne? Na komm. Achso, Entschuldigung. Ähm, ich hab vergessen was vorzulesen. Ähm, wär jetzt fies, wenn ich das einfach so weitermache, ohne irgendwie weiter dazu zu erzählen. Ähm, hier steht was auf dem Schild drauf. Und wenn man das einigermaßen interpretieren kann. Einst konnte man diese Tür öffnen zu dieser Zeit, waren die Säulen aber niedriger. Ja, was könnte uns das wohl sagen wollen? Ähm, geh auf die Säule und mach eine Arschbombe halt, ne? Geh auf die Säule und mach eine Arschbombe. Halt. So, da geht das Wasser nämlich weg. Dann kommen wir jetzt hier runter. Und dann können wir durch die Tür gehen. Und durch diese Tür kommen wir in den jetzt freigelegten und wasserfreien Burggraben. Jetzt kommen wir zwar auch nicht mal an die Münzen da oben dran, aber das macht nichts. Denn wir wollen jetzt hier rein. Und da ist nämlich der blaue Schalterpalast, den wir jetzt mal eben schnell machen werden. Auch noch in dieser Folge. Und deswegen, ähm, versuche ich jetzt einfach mal das rote Ding da zu kriegen. Denn, äh, das rote Ding da. Ja, weiße Bescheid. Das rote Ding halt. Das rote Ding mit dem Ding da. Ich dachte, die wäre unbesiegbar. So, ich wollte hier rote Münzen sammeln, damit wir den nur einmal machen müssen. Was bislang so aussieht, als ob es funktionieren würde. So, jetzt werde ich zwar gesehen von diesen Dingern, aber spielt ja auch keinen Keks. Die sind jetzt nicht so die ultra hardcore Bedrohung. Bescheid. Das Ding schon. Naja. Macht ja nix. Einmal Duck Jump. Und hoch damit. Vielleicht wird's ein bisschen creepy. Was ist das mit dem Leben? Nein! Das erste Mal seit langem. Scheißenreg. Na super. Per ganz prima. Das hast du jetzt gebraucht. Mario, du musst es auch unbedingt weiter schlittern. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Warum machen du so eine Quatsch in Dreck? Ja, ja, ja. Ich will aber das gleichzeitig machen. Deswegen, äh, ne? Erste rote. Zweite rote. Aber glaub mal. Ohne Kamera drehen ist das Level echt ultra nervig. Erutscht so oft daneben. Nein! Das war jetzt schon wieder ganz knapp. Hätte ich schon bald wieder abbrechen können, eigentlich. Ich glaube, das wäre Instant Death gewesen, wenn ich jetzt da so draufgeknallt wäre, ohne Popobacke auf den Boden hauen. Das ist hier drin gewesen. Ach, da waren nur Münzen, ne? Ja, okay, uninteressant. Nein, doch, das gibt's nicht. Okay, alles klar, das machen wir dann in der nächsten Aufgabe. Ich sag wie immer, wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben und natürlich nur dann und lasst einen Kommentar da, auch wenn ihr einen nach unten macht und wenn es euch richtig gut gefallen haben sollte, teils ruhig oder was auch immer. Ihr dürft auch gerne zweimal gucken, wenn man es denn aushalten kann. Ich weiß es ja nicht und deswegen sag ich einfach mal, in diesem Sinne reingehauen und bis zum nächsten Mal und tschüss.